Was geht Leute, wie sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare, die gute alte Beta Das ist jetzt die dritte Folge, in der letzten Folge haben wir dieses Nachtsicht-Dingsbums gespielt Jetzt spielen wir eine Runde Cyberangriff Wir sind so wahrscheinlich fünf, ja Wow sind das viele Ah, jetzt geht's, okay So Bin ich ja mal gespannt Ich muss auch noch die ganzen anderen Kampagnen aufnehmen für meinen Channel Wenn ich mir irgendwas überlege Ich muss auch so viel anderen Kram und Bruder Okay Cyberangriff Erobert das IMP-Gerät und schaltet das feindliche Datenzentrum aus Objekt gesichert Ich sehe schon wie es läuft Ich sehe schon wie es läuft EMP-Gerät und schaltet das feindliche Datenzentrum aus Ich sehe schon wie es läuft Ich sehe schon wie es läuft oh bewegung holt euch das objekt verbündete drohne in der luft starte überflug was ja wie hat er an der bombe gekämpft so ein ekliger richtigen kameran oder das hier links 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 ja da 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 oder kommt da gleich ich habe den vorteil weiter angreifen ok krass kann ich auch alle klänen und nur kranke waffen seite wechseln cyberangriff bewegung holt euch das objekt kranke kranke verbündeter marschflugkörper gestartet kranke hier dieses komische kleinen schildchen das auf und abgeploppt ist auch interessant kranke 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 Scheiße. Holt das Objekt. Objekt gesichert. Ich muss nicht laufen, ach du Scheiße. Oh, fuck, Alter. Ja, ich muss ja auch ein bisschen pushen, sonst... Lassiere Claymore. Lassiere Claymore. Boah, Alter, wie die da alle sitzen. Eine Runde bedeutet nichts. Macht euch kampfbereit. Alles klar. Alter, guckt es euch an. Drei Stück. Seidenwechsel. Cyberangriff. Und das Objekt. Und das Objekt. Was? Decker, wie schade hat jemand irgendwas geschmissen? Das Planet hat mich zwar hingeschmissen. Feindlicher Reaktion, Bewegung, verteidigt das Datenzentrum. Da fuck, Alter. Was ist sein Auftrag eigentlich? Nein, ich hab dich. Ja, Mann. Los! Ladienach! Ich hab dich! Verter mit D visits Granat. Da bin ich! Oh, der Typ kämpft natürlich... Digga... Was auch sonst? Sie sind also bereit für Ihre Mission zu sterben? Das können Sie haben. Nee, eigentlich nicht so, aber... Wir wollen ja den Abschlusskopf kriegen. Cyberangriff! Bewegung, holt euch das Objekt! Objekt gesichert! Oh, Digga! Haben die nichts zu tun, oder was? Mein Gott! Okay, das ist ein smarter Spot. Der Spot ist smart. GMP, verteidigt das Dautenzentrum! Oh... Ziel magiert! Los geht! Verbündeter Marschflugkörper gestartet! Was ist denn sein Auftrag eigentlich? Ich hab dich! Ich hab dich! Wir spielen auf den Beinen! Los! Der Feind hat den EMP. Verteidigt das Dautenzentrum! Ich hab dich! Feindliche Drohne über uns! Wir spielen auf den Beinen! Los! Wir spielen auf den Beinen! Los! Noch eine Minute! Noch eine Minute! Drohne erledigt! Da sind die dann nur am Campen, oder was machen die da? Oh, Bruder! Das ist voll der eklige Camper-Modus! Oh... Pfui! Ich spiel jetzt auch mal einen Schlung, da wäre sonst... Ich wollte... Bewegung! Holt euch das Objekt! Bewegung! Holt euch das Objekt! Blindgranate! Blindgranate! Der Feind hat den EMP! Verteidigt das Dautenzentrum! Jaaa! Kein Wunder, wenn die auch dann zu zweit rumkümmeln, alter! Feindliche persönliche Radar-Drohne über uns! Sie verfolgt jemanden! Wir spielen auch aber... Ne, so ist das... Neiin! Der ist hinterher in ihm... Scheiße! Ich hab dich! Vornehe, ob die Waffe klar gekommen von mir... Näh... Los! Ich hab dich! Ich hab das noch voll gehört, dass er da ist. Bruder. Vorsicht, der pümmelt da die ganze Zeit rum. LOL. Feindlicher Marschflugkörper, in Deckung. Noch eine Minute. Oh Mann. Oh Mann. Geh für Demo, die brauchst du Save Claymore, sonst... Er erreicht. Der ist schon tot. Oh, scheiße. Matchpark. Nimm ich lieber die, und komm ich ein bisschen mehr zurecht mit. Und da war er rechts. Dann hab ich noch rechts der Gegner. Ah, Bruder. Ja, hinter dir, Bruder. No. Scheiße. Alter, der Modus ist... Der ist heftig, hm. Ach, scheiße, ey. Schauen wir mal noch einen. Ja, die können jetzt ihre Team-Mates hören, wiederholen. War ja klar. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Belastend. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal Licht, mein Modus. Ja, eher so das reinrennen und sterben und wieder leben und töten und bla, mein Ding. Ich lasse es so Deathmatch oder Herrschaft. Wir können in der nächsten Folge mal Herrschaft spielen, würde ich sagen. So, haben wir noch irgendwas geiles für unsere Waffen? Okay. Oh, scheiße. Ich lasse es jetzt nicht. Ich lasse es mit der Reflex. Ich lasse es mit der Reflex. Zipp. Zipp. Du hast Stufe sechs? Sch- Sch- Ranaka. Ah. Kein Tag. Kein Tag. Kein Tag. Kein Tag. Kein Tag. Kein Tag. So viel extras gibt es anscheinend auch noch nicht, aber muss man die sich erst auch noch per Level freischalten. Ach, guck mal.